So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Sea of Billions und das könnte Folge 8 sein von der Kampagne. Wir laden und ich glaube wir müssen in der Waffenfabrik noch unterwegs sein. Und da gab es noch so ein paar Forschungspunkte oder irgendwelche Sachen zum Einsammeln. So, gucken wir mal. Ach, ich habe Pause. Okay, dann schauen wir mal in Ruhe rein. Hm, fangen wir erst mal hier drüben an. So, gab es schon Sachen hier zum Sammeln? Hier zum Beispiel Forschungspunkte. So, Medipack. Moment, bla bla bla. So. Zurück, zurück, zurück. Lauf, lauf, lauf. Gotcha. 2 Weapons, double the fun. No fear. Alles gut aus. For the Empire. I'm on it. Take that. So. Oh, ha, hier sind viele. Äh, Schazing. Okay, ich glaube, die logge ich jetzt dann doch mal aufs Minenfeld. Gotcha. Okidoki. So, sehr gut. Und, jetzt ist das eine ganze große Gruppe. Wow, wow, wow. Also, mehr als nur eine große Gruppe. Zusehend, dass sie in meiner Nähe bleiben. Und jetzt über die Minen. Nächsten. Hier unten ist noch was zum einsammeln. Moment, ich laufe mal außen rum. Wenn ich hier die Schießtürme nutze. Das Paket hier hinten noch. Da ist noch einer. Dann schießt mal. Let's go. So, dann locken wir mal noch ein paar an hier. So. Na komm. Schön, schön, schön. So, der ist alleine. Hier irgendwas zum abstauben. Natürlich nicht. Für das Empire. Na, auf die Tür. So. Geht ihr irgendwo was zum sammeln? Nein. Sektor A. Fertigungsbahn. Die sind glücklicherweise schön langsam. Eben mal läuft mir in die Flinte. 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 So, komm, holen wir uns das Ding noch. Komm, komm, du Mama. Komm, du Mama. So, jetzt aber mal. Gut. Wir haben die Kiel. Drei. Ich liebe es. Zusammenreißen hier. Gibt es hier irgendwas zum sammeln? Nein. Schaue meine Leid! Schaue meine Leid! So. Auch nichts. Und weiter. Oh, das sieht auch gut aus. Der Kist ist auch nichts, verdammt. Perfekt! Für den Empire! No survivors! Take that! Killing time! Im Wald ist ein schön langsam. Attack! Wir müssen ein Nest sein. Okay, laufen wir mal weiter. Da! Ein Zelt! Schöne Waschungspunkte sammeln. Kommt dann erstmal hier hinter. Der wird schon näher kommen. Und den noch weg. Da, da, da! Büro! Büro! Da ist auch nichts. Lauf, lauf, lauf! Bullseye! Wir sind in der Nähe. 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 Okay. Für den Empire! Right away! Attack! Let's go! Great! No fear! Gotcha! Und weiter. Tom! So, hier muss es noch was zum sammeln geben. Noch 60 Forschungspunkte. Ah, Mist, Mist, Mist. Hier ist nichts weiter. Noch mal nach außen. Ja, war da nichts weiter. All right. Hier irgendwas übersehen. Sah jetzt nicht danach aus. Okay, Erste-Hilfe-Paket wäre hier noch gewesen. Naja. Für die Menschen. Oh, davon geht's weiter. Und hier. Und dann mal dieses Tor aufmachen. Wow, wow, wow. Of course. Two weapons, double the fun. Perfect. Killing time. Let's go. Rest in pieces. Ich kann das machen. Da-da-da. Ehm. Ehm. Problem. Come on. Take that. For the humans. So, jetzt muss doch hier noch was zum einsammeln sein. Großraumtusche. Nein, das gibt's doch nicht. Die Fässer hatte ich doch alle schon kontrolliert. Hier ein Tresor hatten wir auch. Da, da, da. Im Tisch war nichts. Mist hier. Ja. Entstanden. Ist hier in dem Minenfeld irgendwas zum sammeln? Was ich übersehen habe. Great. Ja. Ja. Nein. Nein. Ja. Auf Hause. Okay, wir schießen uns hier immer noch ein bisschen burschig. Da oben. Weiter, immer weiter. Granaten. Da fehlt immer noch was. Da! Verdammt! War ich hier nicht drin? Great value, no doubt. Yes. Interessant indeed. Entstanden. Gut, dann mal hier noch ein Eingang absuchen. Medipack gibt's ja. Nutzen wir auch mal eins? No fear! Great! Taste my lead! Sure. Killing time! Wieso? Will das nicht exportieren? Eat my bullets! Without delay. Ah, schade. Wir finden einfach nicht alle Forschungspunkte. Great. Rest in peace. Got it, Chief? Understood. Two weapons? Double the fun. Child's play. Da, da, da. Right away. No fear! Great. Kommt hier noch was? Bitte, bitte, bitte. Taste my lead! No survivors! No survivors! Killing time! Child's play! Hm, okay. Yes? Wir kommen hier nicht weiter. Dann... Würde ich sagen, beenden wir mal... Was ist das? Beenden wir mal die Folge. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.